Hallo, Loveless Tier! Okay, Spaß beiseite, ich bin Donoff204 und Loveless Tier hat mich etwas gefragt und zwar, wie man es macht, dass wenn man ein Item eingesammelt hat, zum Beispiel die Karotten oder er hatte einen Apfel vom Baum pflücken als Beispiel genannt, wie man es macht, dass man diesen nach einer gewissen Spielzeit, zum Beispiel nach 5 Minuten, wieder neu einsammeln kann. Und das Ganze werden wir jetzt machen in diesem Tutorial. Also, auf gut Deutsch, wie ich zum Beispiel die Karotten dann nach einer gewissen Zeit wieder einsammeln kann. Ihr werdet es ja gleich sehen. Als erstes mache ich eine Kopie meiner Map, damit ich die Original-Map noch habe, aber wir werden die Karotten-Quest jetzt etwas verändern in der Kopie. Aber wir brauchen auf jeden Fall den Hund nicht mehr, den ich für die Sprachausgabe verwendet habe. Dann werden wir alle Karotten mal weglöschen, außer die erste Karotte. Und bei der Oma werden wir jetzt auch mal gleich was ändern, nämlich alle Event-Seiten rauslöschen. Die Apfel-Quest lassen wir jetzt auch mal kurz, außer 8. Und dann werden wir eigentlich auch schon anfangen. Was brauchen wir? Wir brauchen als erstes einen Quest-Gegenstand, hier bei Gegenstände. Nicht den Apfel, sondern wir brauchen einen Sechsten. Wir kopieren einfach mal den Apfel und nennen ihn zu Karotte um. Karotte. Und ändern natürlich auch das Bild zu einer Karotte. Den Beschreibungstext, da könnt ihr natürlich reinschreiben, was ihr wollt. Eine schöne, glänzende Karotte. Und bei dem Hinweis Karotten-Quest, damit wir das wissen. So, haben wir unseren neuen Quest-Gegenstand erstellt, die Karotte. Und damit werden wir jetzt arbeiten. Was wichtig ist auf jeden Fall, dass wir uns jetzt einen kleinen Timer bauen. Weil genau das ist ja der Sinn der Sache, dass wenn wir die Karotte jetzt ernten, dass sie wieder zurückkommt und wir sie nochmal ernten können. Wir löschen den Inhalt erstmal raus und lassen die zweite Seite jetzt erstmal so, wie sie ist. Und werden jetzt einen neuen Inhalt hinzufügen. Als erstes machen wir rein Gegenstand ändern. Karotte erhöhen um 1. Jetzt erhöht sich auf jeden Fall schon mal die Karottenzahl im Inventar um 1. Als nächstes brauchen wir eine Variable. Wir brauchen eine Variable, die nennen wir... Die nennen wir... Kar... Ne, Quatsch. Wir nennen sie Timer-Karotte01. So, Timer-Karotte01. Also das ist der Timer, der die Karotte01 überwacht. Mehr oder weniger. Also das Wachstum dieser Karotte. Die 3 lassen wir frei, da kommt später dann was hin. Das finde ich besser, wenn man es drüber macht, statt drunter. Das werdet ihr dann gleich sehen. So, hier stellen wir quasi den Timer ein. Wie lange soll das Ganze dauern? Ich... Ihr könnt selber entscheiden, im Grunde wie ihr den Timer eintaktet. Ich würde das Ganze zum Beispiel in Sekunden machen. Oder in anderen Einheiten. Wir machen das Ganze einfach mal in... Ja, machen wir es in Sekunden und geben jetzt hier eine 30... Na, machen wir 10. Geben wir hier eine 10 ein. 10 Sekunden. Das reicht erstmal vollkommen aus. Und wir werden als nächstes... Jetzt werden wir genau auf die zweite Seite gehen. Hier ist ein Selbstschalter A. Den machen wir weg, den brauchen wir nicht. Wir brauchen eine Variable. Wenn der Karottentimer größer oder gleich 1 ist, also dieser hier, dann wird diese Seite angezeigt. Die Karotte ist nicht da. Und wenn der Timer quasi 0 erreicht, also der wird rückwärts zählen, dann wird wieder diese Seite angezeigt. Und dann können wir die Karotte wieder ernten. Und der Timer wird wieder auf 10 hochgestellt. So, jetzt haben wir aber noch keinen Timer. Dazu gehen wir in die Datenbank zurück, wo wir das Quest-Item erstellt haben, die Karotte. Gehen zu gewöhnliche Ereignisse, abgekürzt mit gew.ereignisse. Common Events heißt es, glaube ich, im Englischen. Und bei uns heißt es gewöhnliche Ereignisse oder gew.ereignisse. Über die deutsche Übersetzung kann man streiten. Wir werden das jetzt einfach so hinnehmen, dass das so komisch übersetzt ist mit gew.ereignisse. Diese Ereignisse sind im Gegensatz zu den normalen Ereignissen bzw. Events, sind diese Map-übergreifend. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein Event hätte, irgendwo, was für uns die Zeit zurückzählt, dann wäre das ja nur auf dieser Map. Aber mit den gewöhnlichen Ereignissen können wir das Map unabhängig machen. Dafür sind die gewöhnlichen Ereignisse im Grunde da. Also werden wir das Ganze hier machen. Wir nennen das Event Timer, also das Ereignis. Entschuldigung, wenn ich ab und zu um Englisch rede. Ich bin das ein bisschen gewohnt. Außerdem finde ich das auch nicht schön, dass die Event mit Ereignis übersetzt haben. Aber es ist egal. So, wir brauchen einen Auslöser. Da kann man entweder einstellen keine. Dann wird das Ereignis nur ausgelöst, wenn ein Eventbefehl ausgelöst wird. Das ist aber für uns Blödsinn. Dann gibt es Autorun. Das ist eigentlich eher mehr so für Dinge, die quasi jetzt passieren sollen, wie Zwischensequenzen oder so. Oder Teile einer Zwischensequenz. Das ist eigentlich nicht für uns sinnvoll. Was wir brauchen, ist Parallel. Und hier brauchen wir eine Bedingung, damit dieses parallele Event, dieses quasi globale Event, dass das quasi ausgelöst wird und parallel im Hintergrund läuft. Und da brauchen wir einen neuen Schalter. Und den nennen wir Timer. Wenn der Schalter 2 Timer aktiviert ist und nur dann, das ist wichtig, nur dann wird dieses Event parallel im Hintergrund laufen. Gut, übernehmen wir erstmal. Darum kümmern wir uns später. Aber das ist wichtig, dass wir uns das im Hinterkopf behalten, dass wir den Timer auch anschalten müssen. Zu den Inhalten. Wir brauchen auf jeden Fall einen Timer. Dazu gehen wir auf die zweite Seite. Unter Timing steht hier warten, Punkt, Punkt, Punkt. Und dort können wir einstellen, wie lange das Event warten soll, bis es wieder etwas tut. Hier haben wir das Ganze in Frames gemessen. 60 Frames sind eine Sekunde. Das heißt, ein Frame ist eine 60. Sekunde. Und 600 Frames wären 10 Sekunden beispielsweise. Wir machen das Ganze jetzt zum Beispiel, wir gleichen das Ganze alle 30 Frames ab. Also zweimal jede Sekunde. Gleichen wir das ab als Beispiel. Oder nein, wir machen es jede Sekunde. Nein, ich habe ja vorhin gesagt, wir machen das mit Sekunden und nicht mit halben Sekunden. Entschuldigung, mein Fehler, jetzt hätte es fast geklappt. Ja, halbe Sekunden wäre ein bisschen genauer, aber wir machen das Ganze mit Sekunden. Gut, dann brauchen wir eine Bedingung. Wenn der Timer-Karotte01 größer ist als 0, also auf gut Deutsch noch nicht runtergezählt ist, dann soll die Variable Timer-Karotte01 natürlich runtergezählt werden, subtrahiert um 1. Das heißt, alle 60 Frames, also jede Sekunde, wird der Timer um 1 runtergezählt. Und sobald hier die 10 auf 0 runtergezählt wird, dann wird nicht mehr diese Seite angezeigt, sondern diese Seite. Und dann ist es quasi resettet, das Event. Nun müssen wir noch den Timer anschalten. Das könnt ihr im Grunde machen, wo ihr es für richtig haltet. Ihr könnt es entweder machen, hier unter dem Variable ändern, einfach Schalter steuern, Timer auf an. Macht aber eigentlich nicht so viel Sinn. Weil wenn wir das Event jetzt mehrfach kopieren, würden wir auch jedes Mal den Schalter auf anschalten, obwohl er ja bereits schon 100 Mal auf angeschalten ist. Macht also eigentlich nicht so wirklich Sinn. Kann man machen, muss man aber nicht. Ihr könnt den zum Beispiel beim Spielstart direkt anschalten. Wenn ihr den von Anfang an braucht. Oder ihr schaltet den einfach dort an, wo ihr ihn braucht. Zum Beispiel hier auf der Map. Und ihr könnt ihn auch jederzeit dann wieder abschalten, wenn ihr das braucht. Wie ihr das machen möchtet halt. Wir nennen das Event einfach Timer. Timer. Und werden hier den Timer anschalten. Einfach nur. Für was anderes ist das Event gar nicht gut. Inhalte. Schalter steuern. Timer. An. Okay. Und das Ganze machen wir auf Parallel. Also sobald wir die Map betreten, was wir ja sofort tun, weil dort ist unser Startpunkt, wird der Timer auf angeschalten. Jetzt machen wir eine neue Ereignisseite. Wenn der Timer bereits an ist, dann musst du das nicht mehr tun. Das heißt, wenn wir zurückkommen auf die Map, dann schaltet er nicht jedes Mal den Timer an. Natürlich würde dadurch nichts passieren. Also es würde kein Schaden entstehen. Aber es ist halt Blödsinn. Gut. So baut ihr euch das Event auf. Ihr könnt auch, statt die zweite Seite zu machen, könnt ihr auch einfach hier ein... Wo haben wir es? Ereignis löschen. Dann wird das Ereignis gelöscht, sobald der Timer angeschalten ist. Das würde auch funktionieren. Aber sobald ihr die Map wieder neu betreten würdet, wäre das Event wieder da. Würde den Timer wieder einschalten, würde wieder gelöscht werden. Also so ist es eigentlich die Ideallösung, finde ich persönlich. So. Dann kopieren wir uns das Event mal. Also das Ereignis mit den Karotten. Machen wir fünf Stück. Fünf Karotten reichen, denke ich mal. Und werden uns jetzt einfach hier noch vier weitere Timer bauen. Die das Ganze hochzählen. Es gibt noch viele weitere Varianten. Na, wir können sie gleich umnennen. Das geht vielleicht ein bisschen schneller nachher. Es gibt noch viele weitere Varianten, wie man einen Timer umsetzen kann. Aber ich denke, das hier ist die verständlichste Variante. Aber es ist definitiv nicht die einzige Variante. Ich könnte noch ein Dutzend weiterer Varianten zeigen. Aber ich denke mal, für die meisten wird diese Variante hier vollkommen ausreichend sein. Und auch, wie gesagt, es sollte auch die verständlichste Variante sein. Also ich denke mal, das kann jeder nachvollziehen, was ich hier gerade tue. Gut, ups, auf der zweiten Seite nicht vergessen. Auch umstellen. Also wichtig, hier auf der zweiten Seite auch den Timer auf Karotte 5 umstellen. Das ist auch ganz wichtig. In dem Fall jetzt Karotte 5, nicht jedes Mal. So, haben wir das auch. Jetzt haben wir hier die 5 Karotten. Dann können wir das gleich mal ausprobieren, ob das Ganze funktioniert. Nach 10 Sekunden müssten sie wiederkommen. So, neues Spiel. 1, 2, 3, 4 und 5. Und jetzt können wir runterzählen. 10, 9, 8, 7. Oh, da kommt die erste schon wieder. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, warum kommt nur die erste wieder? Ich habe einen kleinen Fehl. Ach, Mensch, ich bin doch blöd. Es kommt natürlich nur die erste wieder, weil wir bei den gewöhnlichen Ereignissen die anderen Timer noch gar nicht eingestellt haben. Ihr seht, auch mir können Fehler passieren. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Hier natürlich dann auch noch die zusätzlichen Timer hinzuzufügen beim gewöhnlichen Event-Timer. Das ist natürlich sehr wichtig. Das habe ich jetzt vergessen. Kann passieren, sollte nicht passieren. Es könnte dadurch im schlimmsten Fall sein, dass eine Karotte nicht respawnt in eurem fertigen Spiel. Und das wäre ja sehr fatal. Wie gesagt, es gibt noch andere Varianten. Wo man solche Sachen vielleicht nicht beachten müsste. Aber das ist alles ein bisschen komplizierter. Und ich will das möglichst einfach halten. Es funktioniert so. Und ich denke, es sind eigentlich alle soweit zufrieden. So, dann probieren wir es nochmal. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Und jetzt zählen wir runter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Okay, ich habe ein bisschen langsam gezählt. Aber es ist egal. Sind alle wieder da. Ihr habt gesehen, sie sind nach und nach wieder aufgetaucht. Ich habe zwar hochgezählt und nicht runter, spielt aber keine Rolle. So, das war es eigentlich soweit. Ich werde aber jetzt noch die Frau machen, dass wir noch eine kleine Quest draus bauen können. Die Frau sagt jetzt zum Beispiel, wenn ihr mir Karotten bringt, dann gebe ich euch dafür Gold. Man kann es natürlich noch ein bisschen schöner und ausschweifender formulieren. Egal. Gut. Was machen wir als nächstes? Wir löschen erstmal das raus. Wobei, eigentlich hätte ich den Text noch gebraucht. Egal. Kopiere ich mir nachher wieder rein. So. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall erstmal ganz wichtig, auf der zweiten Seite eine Bedingung, wenn der Gegenstand Karotte im Inventar ist. Also wenn mindestens eine Karotte im Inventar ist, dann wird diese Seite ausgelöst. Und wenn keine Karotte im Inventar ist, sagt die Oma, wenn ihr mir Karotten bringt, dann gebe ich euch dafür Gold. Gut. Was machen wir nun? Jetzt brauchen wir auf jeden Fall auf der ersten Seite eine Variable. Die nennen wir, darum habe ich hier oben eine Stelle freigelassen. Wie nennen wir die ganze Variable? Karottenbesitzanzahl oder so. Wie haben sie es eigentlich hier genannt? Besitzanzahl. Genau. Karottenbesitzanzahl. Gegenstand Karotte Besitzanzahl. Also in der Variable Karottenbesitzanzahl wird eingestellt, der Wert, wie viel Karotten die Gruppe im Inventar hat. Okay, genau das wollen wir ja. Ihr werdet gleich sehen, warum ich das will. Weil wir müssen ja erstmal berechnen, wie viel Gold kriegt denn der Spieler überhaupt. Und außerdem müssen wir auch die richtige Karottenzahl aus dem Inventar abziehen. Und das machen wir jetzt auch. Gegenstand ändern. Karotte. Verringern. Und jetzt haben wir ja hier keinen Wert. Wir wissen nicht, wie viel Karotten hat denn der Spieler jetzt. Und dafür haben wir die Variable. Karottenbesitzanzahl. Gut. Jetzt verringern wir die Karotten, um exakt die Zahl, um die wir verringern müssen. Jetzt brauchen wir noch Gold. Dazu machen wir wieder Variable steuern. Karottenbesitzanzahl. Multiplizieren. Und jetzt multiplizieren wir das Ganze mit der Goldanzahl, die der Spieler pro Karotte kriegen soll. Beispielsweise will ich jetzt, dass der Spieler 10 Gold pro Karotte kriegt. Das heißt, die Karottenbesitzanzahl, in dem Fall 5 Stück maximal. Es sei denn, man wartet da wieder die 10 Sekunden und sammelt dann die Karotten wieder ein. Dann können es auch mehrere sein. Aber, wie gesagt, die Besitzanzahl wird multipliziert mit 10. Weil wir wissen ja auch nicht, wie viel Karotten der Spieler gerade im Inventar hat. Und anschließend bekommt der Spieler auch Gold. Gold erhöhen. Variable. Karottenbesitzanzahl. Und jetzt geben wir noch einen kleinen Text aus. Oder wir kopieren mal kurz. Dann muss ich mir das Bild jetzt nicht extra nochmal neu raussuchen. So, dann ist es nämlich schon hier drin. Dafür gebe ich dir Summe x Gold. Wie machen wir das Ganze? Natürlich wieder über die Variable. Backslash. Variable. Also nur V. Und dann die Variable 3. Hier steht das Ganze. Variable 3. Das kennt ihr bereits aus dem letzten Tutorial. Und dann Leerzeichen. Gold. Punkt. Dafür gebe ich dir Variable 3 Gold. Also in dem Fall 0. Okay. Jetzt wollen wir das Ganze noch gelb einfärben. Das hatten wir ja auch bereits. Backslash. C. Ich glaube die Nummer 14 war das. Wir gucken mal. Genau. Nummer 14. Und dann machen wir den Punkt am Ende noch wieder weiß. C in Klammern 0. Okay. Dafür gebe ich dir 0 Gold. Punkt. Also Variable 3 Gold. 0 geht nicht, weil man mindestens eine Karotte im Inventar haben muss, um überhaupt diesen Bildschirm aufzurufen. Also mindestens 10 wird hier auf jeden Fall stehen. Also hier wird mindestens eine 10 stehen. Gut. Dafür gebe ich dir Variable 3 Gold. Okay. Übernehmen. Gold wurde schon geändert. Karottenbesitzzahl wurde schon zurückgesetzt. Und das war es dann soweit mit der Eventpage. Können wir auch schließen. Damit ist die Quest eigentlich komplett fertig schon. Das ging eigentlich relativ zügig, denke ich mal. So. Wenn ich die Frau jetzt anspreche, sagt sie, wenn ihr mir Karotten bringt, dann gebe ich euch dafür Gold. Und dasselbe sagt sie auch nochmal und nochmal. Egal wie oft. Wir brauchen auf jeden Fall Karotten, sonst gibt sie uns ihr kostbares Gold nicht. Dafür gebe ich dir 50 Gold. Also es hat funktioniert. So. Und wenn ich jetzt nur zwei Karotten habe, beispielsweise, dann gibt sie mir nur 20 Gold. Aber ihr seht, die Karotten wachsen auf jeden Fall nach. Das Ganze funktioniert. Ich kann auch drinstehen. Mal gucken, was dann passiert. Da bin ich jetzt mal gespannt. Das habe ich gar nicht ausprobiert. Ah, dann kann ich ganz einfach rauslaufen. Okay. Gut. Zumindest, wenn ich nicht komplett eingekerkert bin. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Ganze so bauen würde, dann könnte der Spieler nicht rauslaufen. Was man machen könnte, um das zu verhindern, dass der Spiel... Man könnte auch statt Priorität wie Charakter, könnte man auch unter Charakter stellen. Dann kann der sowieso drüber laufen, über die Karotten. Also ich kann jetzt sowieso rein und rauslaufen. Also dann kann man auch nicht eingekerkert werden oder irgendwie. Oder wenn man macht, dass man halt so oder so nicht an diese Stelle gehen kann. Also selbst wenn die Karotten nicht da sind, kann man auch machen. Gut. Habe ich jetzt gar nicht ausprobiert gehabt. Aber ihr habt gesehen, hat ja trotzdem gut funktioniert. Und ich denke mal, das war es soweit. Hier könnt ihr dann den Timer einstellen, beliebig. Ihr könnt zum Beispiel hier auch eine 30 reinschreiben für 30 Sekunden. Oder eine 60 für eine Minute. Oder 600 für 10 Minuten. Und so weiter und so fort. Ihr könnt auch hier die Abfrage ändern. Hier haben wir jetzt alle 30 Frames. Also das heißt, jede Sekunde verringert er das um 1. Wir können das Ganze auch auf 10 stellen. Alle 10 Sekunden wird das aktualisiert. Und dann wären das hier jetzt 100 Sekunden beispielsweise. Und das wären 1000 Sekunden. Und das wären 10.000 Sekunden. Und so weiter und so fort. Ihr könnt dort mit den beiden Variablen spielen. Also mit der hier drinnen und mit der hier, mit der warten Variable. Könnt ihr spielen. Ihr könnt es auf 60 Frames eigentlich lassen. Dass es pro Sekunde einmal durchläuft alles. und aktualisiert wird. Und hier könnt ihr dann einfach die Sekunden einstellen. Also ihr könnt da wirklich riesengroße Zahlen eingeben. Da müsst ihr euch echt keine Gedanken machen, dass das da nicht reinpasst. Gut. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und ihr habt alles verstanden. Wenn Fragen sind, in die Kommentare. Oder wenn weitere Zuschauerfragen sind, gerne auch in die Kommentare. Dann gucke ich mir das Ganze vielleicht mal an. Und die Kiste braucht man natürlich nicht mehr. Die hätten wir jetzt löschen können. Einfach, zack, weg ist sie. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Man hätte auch machen können, vielleicht noch das... So, machen wir eine neue Kiste hin. Zack. Und... Man hätte vielleicht noch machen können, dass man, wenn man die Karotten in die Truhe legt. Also in die Kiste legt. Dass man dann von der Frau Gold kriegt. Aber es spielt eigentlich gar keine Rolle, wie man das macht. Ich denke mal, das ist soweit verstanden. Natürlich muss die Frau nicht auf derselben Map sein. Und die Karotten müssen auch nicht alle auf derselben Map sein. Also die könnten auch im Haus sein. Und wenn es keine Karotten sind im Haus, ist vielleicht komisch mit Karotten wachsen. Aber ihr versteht, was ich meine. Also es muss nicht alles irgendwie zusammenhängen auf einer Map, sondern es kann überall quer durch die ganze Welt verteilt sein. Wichtig ist einfach nur, dass irgendwo euer Timer angeschaltet wird. Egal wo. Hauptsache davor. Das ist halt auch wichtig. Gut. Wie gesagt, wenn Fragen sind, wenn es bei euch nicht richtig funktioniert. Ihr seht, es funktioniert bei mir. Ähm. Also es funktioniert hundertprozentig. Dann fragt einfach und guckt euch das Video vielleicht nochmal von vorne an. Probiert es nochmal neu. Wenn irgendwas unklar ist, könnt ihr auch wie gesagt fragen. Ist ja kein Problem. Soll auch keine Schande sein. Jeder Mensch macht Fehler. Auch ich mache immer wieder Fehler. Das ist ganz normal. Also Tschüsseli. Bis zum nächsten Mal. Knuff. Euer Donnie.